So, machen wir mal weiter. Sicher, sind wir mit? Oh, wir brauchen Kohle. Oh, die Musik ist ein bisschen Lautgas an. So, jetzt sind wir noch mit hier. So, können wir mal weitermachen. Ich habe so einige Sachen vorhin gesehen, die noch nicht ganz in Ordnung waren. So, ich nehme jetzt wieder mit Dexuri auf. Ich hoffe, das rückelt nicht ganz so sehr. OBS hat das so ein bisschen sehr gerückelt. Hier läuft das jetzt flüstrig, aber ich weiß nicht, wie es bei Aufzeichnung läuft. Ich will mir ja noch irgendwo so einen Hardware-Rekorder holen. Ja, so, da ist das. Ich muss mal fixen. Ach ja, ähm, ja. Bis wenn ich hier schon eine neue Aufnahme bin. Ist wahrscheinlich gemerkt, wie ich habe. Und, ja, die Musik ist ein bisschen zu laut. Aber ich habe jetzt unter der Playliste, ups. Ich habe auch ein bisschen Weihnachtsmusik untergemischt, weil das alles subzeitlich passt. Wenn dann nur diese Folge und die extrem rückliche Folge. Ah, halt, auf jetzt. Das ist scheiße. So. Oh ja, schön. Auf euch. Zum ersten Abend. Ah, Weihnachtszeit. Ich liebe Weihnachtszeit. Ist einfach eine schöne Zeit. Ich finde es nur sehr schade, dass das, ähm, doch, wie, die Festzeit doch eher so, zu ein, ähm, ja, das ist das, wie sage ich das, ein Pool, das geht halt meistens hauptsächlich um Geld. Wenn man muss, ähm, muss, ähm, muss, ich muss auch mal hier rein. Warte, ich schmeiße mal alles hier rein, was ich jetzt so gerade nicht brauche. Das sind jetzt keine immer gebrauchen. Ja, also genügendes profane Mannung, ja, also immer das sind Kohle, das müssen immer da tolle, große, teure Geschenke sein. Aber, das nimmt natürlich so ein bisschen, finde ich, das, den Zauber, weißt du, den Zauber von Weihnachten, das, das finde ich sehr schade. Ja, aber trotzdem, ich lasse mir das natürlich nicht verderben, also ich freue mich trotzdem auf Weihnachten und auf die schönen, schönen, schönen Feiertage mit der Familie. Muss das noch alles organisieren, das ist noch Absprechung, Plan, ähm, ne, wann geht's, geht's zur Mutter hin und, äh, und dann der Vater und, äh, sind bei mir sehr getrennt, also, ne, haben auch beide wieder geheiratet. Also, was ich schön finde, ne, das ist nicht immer traurig, wenn sich ein Mensch alleine leben muss. So. Ja, das muss halt, das muss man sehen. Das ist immer so ein logistischer Akt, ne? Ja, man will auch selber nicht zu sehr in den Schloss Graben, wie gesagt, man will das ja ein bisschen genießen und dieses Jahr fällt Weihnachten recht ungünstig, so, so, dass es im Prinzip ein fast normales Wochenende ist. Das heißt, man hat auch nach Weihnachten nicht so wirklich, äh, Zeit sich zu erholen von den Hin- und Herreisereien, ähm, ne? Und deswegen, äh, es ist erst dieses Jahr doch sehr kompliziert, dass das noch geht. So. Aber es hier könnte noch ein bisschen Licht und ich finde vor allem noch ein Glas. So, wir haben auch keine Fackeln, ne? Ich habe auch keine Kohle für Fackeln. Schön. Ja, ähm, ja. Ich habe auch keine Fackeln mehr. Was soll denn das? So viele Fackeln, haben nicht mehr Fackeln gehabt. Ich habe eine verbraucht schon. Ich muss hier an der Kante. Mal weiter. Wo dann keine mehr liegen. Kommen wir allein. Wo dann liegen. Was hier so dubbel ist. Hört nicht unten hinhängen. Hey, da oben hin. Mach mal meine Fackeln hin. So, das ist doch ziemlich schattig. Hier. So. So. Mal gucken, wo wir da hinhängen. Ich glaube, hier muss so. Es wird mit dem Fackeln wahrscheinlich nicht so bleiben. Also werden wir das hier noch anders ausleuchten. Clothstone oder sowas. Habe ich hier mit? Ne, aber da hinten in der Kiste habe ich hier. Ja, die habe ich mal ganz netterweise geklaut. Die haben so Monster hinter der Wand. Die kriege ich auch gleich wieder anhängen hier, die Fackeln. Und sonst ist es jetzt so dunkel. Die Fackeln brauche ich hier ersetzen. Die glaube ich auch nicht. Ne. Diese gute Fackeln an den Wänden. Die muss ich ersetzen. Passt. Die braucht man. Die nicht. Und die dafür. Das ist nicht so einfach. Einzuschätzen. Die verbrochen den eigentlich. Ja. Ne. Wenn wir keine Monster sporen haben, das wäre ja noch sehr unschön, oder? So. Okay. Ich muss mal einfach Fackeln. Hmm. Ne. Welches ist es? Das ist eine Rettstum-Lampe. mitnehmen das ist kohle meine kohle Das war eine Verschwendung. Das ist hier vielleicht besser so. Damit. Das ist so billiger, ne? Jetzt haben wir es ganz schön lang. Das ist wie ein Tambon schon hier stehen. Ist aber nicht von mir gebaut worden. Oh, da ist Nacht. Aufpassen. Da. Seht ihr? So ist der Baum. Ach, da oben. Kommt nicht durch, da ist das Glassenweg. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Hier sieht man, da ist ein Glasflögerweg. Vollsammens. Dahin ist der Baum. Da war ich nur von oben. Ne, ich will wieder runter. Tschüss. So eine Nacht. Ich wollte mir den Baum zeigen. So. Was ist das hier? Das Eisenärs. Ich brauche die auch noch mal schmelzen. Mal noch ein bisschen Kohle. Mal noch ein bisschen mehr Kohle. Mal noch ein bisschen mehr Kohle machen. Machen. Dann können wir hier das fertig bewurzeln. Und hier schmelt sich mal das Eisenärs ein. ich brauche Fackeln ich brauche Fackeln ich brauche Fackeln ich muss einen Snack essen und der Apfel so zack ok alles klar dann machen wir mal weiter ich hoffe es funktioniert ungefähr ausgerechnet 130 Kilometer da kriegst du die Aufnahme das stimmt so dann kann ich auch noch zwei Aufnahmen heute machen alles passt dieses Video wird mit einem älteren Video zusammen online gehen das ihr wahrscheinlich vorher gesehen habt schon hoffentlich wenn ihr das zu Ende gesehen habt also das vorige Video wird extremst äh was war das? ist das eine Hexe? ha 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 bloß eine Hexe so ja soweit ist alles gut wie ich sehe wollen wir nichts weiter machen? noch mal ein bisschen ein bisschen Energie aber egal aufhändig wird auf da ist das ungewöhnlich hohe FPS gerade 94 bin ich gar nicht gewohnt hier ist noch einer hier ist noch einer hier ist noch einer hier ist noch einer das ist schlecht meine Wand ich finde hier ist auch gerade ein bisschen zu viel Schatten da hängen wir noch mal so hier wollte ich eine Tür an dich reinsetzen das ist geraffelt alles rein genau hier wollte ich also das auch reinschmeißen so 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 zu sagen das Haus für die Tür haben wir da aber kein Kräftentabel wir haben den Kräftentabel gelassen wir haben den Kräftentabel gelassen na gut machen wir eins fertig und stellen uns das hier hin so und dann das tun wir uns mal schnell in die Tür damit wir den Raum auch zu machen können so so den Sicherheitsraum Panik wir müssen eine Stahltür rein das ist Panik aber die beiden Türen schmeiße ich auch erstmal hier rein oder ja hier würde ich noch eine Fackel hin tun und hier in der Ecke finde ich das auch sehr schattig so was geht es hier oh ja wir haben richtig viel Arbeit vor uns das tut mir echt leid das wird jetzt echt langweilig für euch jetzt und natürlich schöne Weihnachtsmusik ist toll ein bisschen lange entschuldigt wenn ich mal skippe ja irgendwie will das nicht von alleine zu Ende gehen ich mag ja Weihnachtsmusik aber es muss auch mal ein Ende haben so ja genau das passt ja auch besser hier zu Bergarbeiten naja nicht wirklich ach so ja ich habe noch was Tolles vor ich habe ich habe das habe ich schon im letzten Video erzählt ne ich habe ja von einem anderen Let's Player Video gesehen in Minecraft da hat er eben halt eine schöne Welt erschaffen aber er erzählt auch Geschichten in dieser Welt und ich bin ja nun so ein Fan von DSA und so und wir haben mir gedacht hey kann man doch auch einbauen hier so ein bisschen so Rollenspielelemente ohne wirklich hier ein Mod zu installieren oder so das geht sonst geht geht auch ganz anders aber das muss ich halt noch genauer durchdenken und vor allen Dingen das mag ich mir ja noch an Mitspielern sonst muss ich noch mal gucken wie ich das mache am besten und dann geht es auch so ich habe auch noch eine neue Schlau er hat noch eine neue Schlau er hat noch eine neue Schlau er ist nix so er hat noch eine Freude hier ja das war zu erwarten ne ja da holen wir uns mal derweilen schauen wir uns natürlich hier mal so durch ja und hier oben in der Decke muss eigentlich auch rausgeschaufelt werden das wir auch gleich machen können so das auch raus muss ich da überhaupt oder? ja da geht die Blöden durch genau da muss ich auch ja da ist ein bisschen mehr Kraft so so haben wir haben wir genau dann kommen wir haben wir Schleim mit oder? der Deckel auffüllt den stellen brauchen wir nicht und den hier so hier nicht hier nicht hier wird hier muss es ja frei sein hier gemacht werden also da brauchen wir nicht wieder auffüllen da müssen wir eher noch mehr Sand rausholen ne da oben und da hinten ja so nun und dann noch diese Wand ja die ist richtig die können wir hier auffüllen ich kann das mal aufhören so ach wäre das schön das wird ja so schön so und hier weg hier auch und das auch und das auch da ist auch noch was da ist auch noch was ich warte hier auf die Maustier das ist auch noch was ich denke ich kann das mal auf die Maustier dann können wir schon mal so und da auf so und hinten die Wand spitzhackel baum ja ja hier anschubsen hier am ende ok ist auch hier rein und wir sollten ein bisschen was essen naja stark spaß das muss man nicht zwingen das reicht nur für eine spitzhackel das ist aber tragisch machen wir mal schneller also schon da dafür jetzt Dramatische Musik hier. Dramatisch. Schronen aufheben, ja. Und auch eine Wand. So, kann sein, wegen der Musik anders. Musik ist ja, ich muss das spielen, ich muss ja ausgemacht werden. Das muss natürlich aus. Ich wundere mich, irgendwas dödelt oder nur ein Hintergrund. Das geht natürlich nicht. So, die fangt ja auch raus. So. Es stimmt doch was nicht. Ah, wir sehen, wir sehen. Okay, da geht's. Das ist ein bisschen dramatisch. Es wird zu dramatisch. Nein. So. Der Kronen, der Dekker muss ich auch noch. Fangen wir mal zu viel noch, alter Schwede. Der ist ja wirklich ernsthaft. Der Kronen leuchtet weiter, die da so rumliegen, wusste ich gar nicht. Das geht doch nur live in Savot. So, bis ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Das ist dann einfach der Grund. Der Grund dafür ist einfach... Ah, man muss einfach dafür, dass es da so lucky ist. Das schafft hier diese Rechner nicht. Das ist dann auch hübsch, ja. So, sieht ja schon wieder so gut aussehen, ne? Das kann man... Hallo, Schlapperei. Gebt damit. So, wieder ruf damit. Oh, weiter geht's. Ich weiß nicht, eine lange Strecke jetzt hier. Das wird echt lang. Oh, oh. Jetzt kann ich mal so, wie ich das erzählen soll. So. So. Was sehr schade ist, ich hatte damals so viele Kontakte, die oft und gerne spielen und vor allem auch mit mir spielen wollten. Aber das ist irgendwie total abgeflaut. Ich denke ja, die haben da irgendwie die Schuld dran. Da wäre ich wohl die Ursache. Weil ich wahrscheinlich zu oft sagen muss, ja, keine Zeit. Ich muss... Ich hab's so tun, ne? Wenn man so eine Familie an der Bagger hat, dann ist das doch irgendwo... Dass man die meiste Zeit damit verbringt, ähm, ja, die Familie zu managen. Mit meiner Frau natürlich zusammen. Ähm, ähm, ähm... Aber... Ich arbeite nicht, ähm, das ist immer auch... Das ist halt ein Volltime-Job einfach. Ach, warum ist das denn? Entschuldigung. Ne? Wenn ich von der Arbeit komme... Ah, geht dann meistens mal eine Frau arbeiten. Dann mach ich weiter, wo sie aufgehört hat. Äh, was ist das denn? Was ist das denn? Zeug mal mal. So. 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 Das ist ein sehr weiter Weg. Uiuiuiuiuiuiuiui. So. Was klappt man? So. 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 Was ist das? Warum setzen wir denn da hin, wenn ich da oben hin ziele? Das ist die Fackel, ne? Ah, eine Arschlochfackel, eine Arschlochfackel. Ach, was scheiß drauf, lass das jetzt mal. Lass das gleich erstmal so. So. Okay. So, das war's. Ich brauche Eisen. Scheiße. Man muss so viel Arbeit. Das sollte keiner fahren. Muss ja nicht laufen. Fahren, 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 wo ist das Fahrzeug da? Das ist ja aus Sylobe. Einsteigen und erfahrt. Okay. Auf geht's. Hup, da sind direkt die Preise zum Beispiel. Ja. Hup, da haben wir alle schon. Ja. Ja, muss mal stehen. Ein Stück Eisen. Zwei Stück Eisen haben wir jetzt. Das geht nicht wirklich weiter. Da muss kein Eisen mehr hier rumliegen. Nö. Leider nicht. Hm. Hier haben wir ein bisschen Erde. Können wir hier noch reinschmeißen. So. Der macht noch, der entwickelt noch Kohle. Und der brennt tatsächlich noch. Hier Steine. Das ist gut so. Und der macht gar nichts. Dann schmeißen wir mal Kohle rein hier. Holz Kohle. Holz Kohle. Zack. Auf geht's. Da kommt noch was. So. Weitermachen. Ja. Der macht mir hier weiter. Holz Kohle. Das kann ich weiter so machen. Dann habe ich hier noch Kies. Start. Kies können wir... Kies, 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 Kies. Kies können wir hier reinschütten. Dann haben wir noch Kies hier. Bis auch hier oben. Kies, Kies. Was ist das hier? Sand. Haben wir auch hier. Schade, ja. Sand. Okay. Das Bett haben wir auch hier. Wir hätten doch schlafen gehen können. So. Ah, wir haben hier noch Werkzeug. Ei, wir haben noch Werkzeug hier. Ei. Achso, das ist aber nicht die Diamant-Axis. Verbrauchen wir dafür auf gar keinen Fall. Wir haben hier eine Kiste für das Grobe. Was ist da drin? Die ist noch leer. Okay. Alles klar. Wir brauchen hier noch ein bisschen Kuh. Und noch Sieholz. Das sieht ganz gut aus hier alles. Okay. Jetzt können wir wieder ein bisschen fahren. Wir haben hier noch einen Kuh. Wir brauchen eine Kuh. Wir brauchen hier noch ein bisschen. Dann müssen wir uns etwas einfangen. Das sieht nicht. Da finden wir ja noch was. Wir brauchen einen Kuh. Wir brauchen einen Kuh. Und dann können wir auch hier etwas finden. so aussteigen dann muss man gleich anhalten jetzt weiter fängt voll nervig an das song aber dann die melodie selbst ganz gut gefallen jetzt nicht mal was nichts jetzt Die Tür ist eigentlich viel zu hoch. 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 Das ist sehr gut. Jetzt hat sie noch eine Mücke rum. Die Tür ist eigentlich viel zu hoch. So, wir machen jetzt weiter. Die Tür ist eigentlich viel zu hoch. Die Tür ist eigentlich viel zu hoch. Die Tür ist eigentlich viel zu hoch. Ich habe da schon eine Idee. Ich hoffe, ich schaffe es auch die Umsetzung. Ich muss ja mehrere Szenarien einfallen lassen. Also, wie ich die Geschichte umsetzen kann. Ich muss kurz lauter an dem Blick, um die Füge nicht einschleifen zu müssen. Oh gut. Lauter Musik. Die Tür ist eigentlich viel zu hoch. Und jetzt ist das eine Aufmerksamkeit. Ja, das ist ja... Da... Dann kommen wir hier weg... Och so... Ja... In der Moment habe ich hier einen Grundlaufen, er hat Livestream... Ich hoffe ihr hört ihn nicht... So... Ich möchte mal wieder mal ein Auge dahin... Ganz vorsichtig... Ganz heimlich... So dass ihr es nicht sieht... Die Gäste da... So und ja... Das war es meine... Achso... Dann gucken wir mal wieder zurück... Habe ich den Wagen eingesammelt eigentlich... Da steht da hinten noch rum... Ok... Kurz schnell zurück und... Schmelzen das Eisen ein, was wir gefunden haben... Oh... Wieder ein bisschen Wein... Schön... Find ich... Oh... Ich hoffe dass wir mit diesem... Dieses hier noch irgendwie ein schönes Weihnachten... Muss man irgendwas... Überlegen... Ui... Nichts... Nein... Nein... Es geht... Durch... Nein... Nein... Ich frage mich... Jetzt ist ja... Woher ich mich spon... Nein... Ich war schon... Die Airmen... Nichts sicher... Nein... 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 Du... Achso... Schmude bin ich... Ich hoffe, dass ich deutlich genug für euch spreche, ja manchmal Tage oder oft Tage. Ich gucke meine Zähne, die kommen aus dem Anleitung. So, ich habe gar keine Rüstung an sich gerade. So was, kann man das auch nicht leisten. Der macht noch Kohle, okay. Der hat auch noch Stein, ich muss das aber Eisen haben. Das kann ich hier nicht. Hier sind wir auf jeden Fall. Mal kurz gucken. Das ist der Wunschbezag, ja. Mal kurz rein, mal kurz reisen. Ok, dann ist der fertig. Zack, fertig ist das. dann kann hier wieder stein brutzeln so voll ist halt haben wir noch die kiste der am start die kann auch hier an warum wollte ich jetzt hier irgendwie nicht unterbringen das was er nicht eigentlich das ist hier die mitte ungefähr sieben vier das die mitte richtig und reisen muss reisen und das habe ich schon verpeilt ist klar noch schnell zwei stück machen das ist gut so das ist sehr gut so es wollte ich eigentlich mal irgendwelche schon hier bin und das haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 also hier 1 2 3 4 so das ist klar schoffen so und dann brauchen wir eine restung vergeblich das geht es nicht so und da und da war Ich brauche hier nicht so viele Fackeln jetzt, ne? Das ist ja eigentlich ausreichend die Lampe. Oh, da kommt es schlecht. Im Moment kommt es nicht von außen. Das müsste man sehen, wenn... Jo. Hm? Zwei, drei, vier. Zwei, drei. Richtig. Zwei, drei, drei, vier, fünf. Was? Da muss doch zwei ja nun mal... Da ist jetzt schon wieder zwei da drin? Das wollte ich nicht, ne? Ah, die kaputt. Mist. Was ist das eigentlich? Ja. Kann man nicht? Oh no! Ich habe keine Ahnung, da ist jetzt schon Schaltung. Das ist echt ein Problem. Muss nur überlegen. Hier oben kann ich nichts drauflegen? Nee. Das ist ja dumm. hier ist es denn so so muss schon so wenn auch leuchten dann. Okay. Ich komme nicht mehr raus hier. So. Aua. So. Dann machen wir dann wieder die Decke, ne. So. Nu stimms. Hoffe ich. Sehr richtig говорил. 71,2. Ich habe falsch die Richtung gearbeitet. Ne. Ach, ne. Da war' ich ja. 1, 2, 3,at 4,at-5,at 3,at 3. Ach, schläss still verbaut trottel, Mann, bin ich blöd. Ja, ich spring gleich irgendwo runter. Einfach irgendwo runterspringen. Mann, bin ich dumm. Wieso bin ich so blöd? Verdammte Scheiße. So, hier muss ich es. Ich brauche Erde wieder. Ich habe die Steine vermogen. Ach, Scheiße. Ja, dass du nicht so blöd bin. Hä? So, ich habe mich hoffentlich richtig hochgebaut jetzt. So. So, jetzt wieder runter. Ah, toll. Die Schaufel ist auch noch komplett gegangen. Mann. Ich habe nicht noch eine Schaufel gehabt. Ah, noch mal noch. Oh Mann. So, fertig. Ich brauche mir Kohle. Ich brauche mal schöne Kohle. Ich brauche mal schöne Kohle zurecht her. Wieder dekortieren. Rohsteine. Und hier rein. Ressourcenverschweinern sollen wir erreichen. Und das ist nicht hier. Und da hat er keine Kohle. Da hat er aber hier. Da funktioniert es wieder. Da hat er doch keine Kohle mehr. Auf damit. So. Ich muss das essen. Oh. 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 Oh Mann. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so nützlich. Das ist so nützlich, so nützlich, so nützlich, so nützlich, so nützlich, so nützlich, so nützlich. Jetzt haben wir Dreck an der Decke, auf der Wand. Boah, Kuster, ich mag Kuster Nessen. Ich weiß nicht, würde ich gar keine Kabel, die am Start wären. Wo ich an der Wand hängen könnte. Oh. Und ähm... Ja. Bist du da? So. 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 Nehmen wir drei normale Steine hin. Und kommen dann gleich hier wieder diese, wenn ich sie vergessen. So. Ich neige hier so unter... ...Gewässigkeit. Dann brauchen wir das. Amnesie, oder so. So. Machen wir mal die Gleise hier ab. So. Dann haben wir das auch gleich wieder schön gemacht. Wenn wir schon dabei sind, ne? Schauen wir das gleich mal. So. Machen wir mal den Wald weg. Auf geht's. Auf geht's. So, ich habe hier erstmal genug. So, wenn wir ein paar Meter weit kommen. So. Ja, auf jeden Fall werde ich mächtige Gegner auf der Karte einbauen und so. Und eben halt eine Geschichte drum herum bauen. Jetzt muss ich mir nur genau überlegen, wie ich das mache. Äh. Da werde ich ja wahrscheinlich auch Kuhfilme brauchen von Sängerinnen. Und dann... Äh. Können auch... Unwahrscheinlich werden das wahrscheinlich ein Lesplayer sein. Mal gucken. Aber hier habe ich Eisnis von uns. Das ist sofort nicht sehr. Machen wir ein bisschen Material wieder rein, was wir hier vorhin haben. Ja. 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 So wird's laufen. Ja. 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 Da haben wir da eine Fackel rein, und dann haben wir zack, okay, und dann eben haben wir wieder Flatschläge. Warum in dem Bereich hier? Und keine Fackeln mehr, oder? Okay, das stimmt schon. Hier gehört noch eine Fackel. Hier ist noch ein bisschen süß, ja. Ja, also, das ist schon ein bisschen bellen. Und nicht so ein Ding. Schon nicht schlecht. Ja, und wir gucken nicht abständlich für die Lampe. Da haben wir noch eine Lüsterlampe dahin. Jetzt finden wir noch mal eine Verwendung. Der Gauge, den ich jetzt getraut habe, der ist irgendwie vom Server. Das ist gar nicht mehr. Und dann müssen wir es anklären. Das ist eine libertäre Phase. So, gut. Und dann halt, ähm, ja. Das Wachsen werden. Erlieben. So. Da haben wir durchaus keine Zeit mehr, ja. Und hier noch ein Wachsicherweise. So. 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 Una diiliz. So dumm. Ab, ab. Ab, ab. Ab. Ab, 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 ab. Ab, das geht gleich weiter可能 entwickeln. Wenn das hier gerändert wird. Gute Idee da. Das ist eine gute Idee. So. haben wir das schon mal erledigt wie gesagt gibt es dann später die beleuchtung und zwischendurch wenn ich dann die richtigen gehen mich überkommen das lebt da oben Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe das auch so gelassen, ganz stumpf. Ich wollte es nicht. Ich habe eine extra Tonspur versehen. Ausgelegte Musik, weil wenn ich die Musik anhöre, dann muss ich dann noch stundenlang vorsitzen, passt die Musik jetzt gerade zu diesem Moment und so. Und hier ist das alles genauer Zufall. Aber wenn ich dann schneide, mache ich das nicht, weil der Ton schon da ist und ist er da. Ich will das nicht unnötig die Länge ziehen. Uah, dunkel. Oh, wieder Eisen, sehr gut. Das lohnt ja richtig hier. Das ist sehr gut. Das können wir auch gut gebrauchen. Das ist ein bisschen zerstörer, aber ich sage, dass ich da nicht mehr... So. Okay. Okay. Das muss ich dann gleich die Einfahrer treten, ne? So. Irgendwie noch war das Musik so zum Abschluss. Ich bin jetzt hier aus der Handführung. Das klingt auch gar nicht. Ach. So. Und zum Abschluss ist er jetzt ein bisschen weihnachtlich immer gekommen. Oh, den Song mag ich auch gerne. Ich glaube, ich bin jetzt noch ein bisschen traurig. Er erinnert mich an irgendwas. Was mich positiv traurig gemacht hat. Das finde ich irgendwie schön trotzdem. Hm, verstehe ich nicht. Ich muss da irgendwo so... Ich muss lange hier sein. So, ich weiß, was sehr lange hier ist. So, dann haben wir hier die Wand. So, dann können wir die Schmerz noch vielleicht hier. Und hier noch... ...schwimmen machen. Noch viel lange ist er, ne? Schwimmen lange ist er. Jetzt kann ich hier noch an der Wand hier oben machen. So, hier. So, hier. Mal weiter, ja? So, Licht. Oh, Licht. So. So, so. Dann gehen wir weg. Ja, gehen wir weg. So. Die Kante bleibt natürlich. So, aber hier nehmen wir es. So, das schon mal. So. So, ich weiß es, was hier... Oh, ich weiß es, was ist es. So, ich weiß es, was ich nicht. So, ich weiß es. So, das jetzt... Das ist eigentlich ein Wannerslied. Und dann fahren wir gleich wieder zurück zu unserem Startpunkt und dann werden wir uns an der Stelle in der nächsten Folge wieder sehen. Da hinten ist der Wagen. Hier müssen wir mit Kleinigkeit austauschen. Das kann ich so nicht lassen. Da kann ich einfach nicht drauf vorbeigehen. Das macht man einfach nicht. Sollte man erst mal zur Seite und dann hauen wir die gleich wieder. So sieht es ja gut aus hier. Das war noch schmutzig. Das machen wir auch noch weg. Jetzt haben wir unsere erste elektrische Lampe sozusagen. So. Dann fahren wir mal zurück. Dann kann ich euch... Warte, 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 wie seht ihr das? Jetzt... Ich war gerade zum Abschluss gekommen sozusagen. Und ja, da muss ich dann doch nochmal hier Steine rausklippeln. So. 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 Warte, jetzt. Ich finde, ob ich da noch keine Steine aufgefüllt habe. So. Das verzögert das alles nur mit Absicht hier. So. Ab ins Bett mit euch. So. Fertig. Achso. Ja, das ist hier. Die Teil Jacke imение которой fällt dir. Achso. So, ganz schön. So, ja. 95 auch vorangeht so also ich folge ich kann das dinge aufnehmen so ein kieser tische hat sich halt so haben wir noch alles zusammen hier schon jetzt noch mal kohle und das ist wahrscheinlich jetzt ein stein gemacht die noch einschmeißen so auf der hume hier steine raus machen hier eisenrein so und tun hier wie anstand auch stein zu verbrauchen sollen so haben hier noch So, jetzt haben wir noch mal eine Warnersmusik bekommen. Gut. Ich habe mir was überlegt, was ich nochmal schnell mache, wir müssen jetzt erst die Lämpchen anmachen. Ich habe mir natürlich überlegt, das scheint mir immer wirklich schöner. So, dann machen wir es so mit dem Kastrapp. So, dann nehmen wir das Kastrapp. So, dann machen 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 wir das Kastrapp. aussieht naja, auf jeden Fall die Lampe an? Interessant die geht an und da die Lampe anstelle aha dafür geht gar nicht an ich erst da aufstelle ah, hier gehen zwei an das ist los und so ok, da haben wir das erste Ländchen da haben wir das zweite und da sind zwei dann noch auch wieder durch dann muss das so machen und später kann ich es da umhängen ach ne, guck mal, dann hänge ich hier hin ne, weiß ich gar nicht und jetzt dann da hängen geht mir die Lampe an genau, so machen wir das alles klar so, wie gesagt, keine Lampe an da ran machen wir die Lampe an oder machen wir die Lampe an so, machen wir auch eine hier die erste Lampe brennt so, jetzt machen wir da noch ein Schild hin und wir wissen wofür das ist so, dass wir das nächste Mal wissen ja, das muss ja ja, das muss ja voll drauf und dann weiß ich nicht wozu es ist mhm ad 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 Nein, nicht, nein, ist klein, brennt, 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 so, fertig, so, da machen wir ein ganz normale Fackel drüber, so, so, da brauche ich gar nicht, tut das gut, ja, warte mal, ich muss mal kurz, sonst noch ein bisschen was umdesignen, sieht das so besser aus, mal ausprobieren, jetzt mal das Holz aber durch, dann mach ich das auch weg, das können wir jetzt ja wegmachen, das Holz auch wegmachen, da ist einfach eine Fackel unter, so, eine Fackel, so, dann läuft das auch sehr groß, genau, so machen wir es, okay, so, ja, naja, ist nicht, ist nicht so schön, zweckmäßig, einfach nur zweckmäßig, nein, ich bin halt pragmatiker, so, habt euch wohl, dann bis in genau sieben Tagen, dann machen wir die nächste Lampe an, alles klar, habt euch wohl, ciao.